Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. So, für dieses Video wird mich wahrscheinlich jeder Dozent dieser Welt für Softwareentwicklungen umbringen wollen, aber ich tue es trotzdem und zwar geht es heute um Instance Off und Type Off. Das sind zwei Schlüsselwörter, die man zwar hat, aber wie auch diese Downcasts sind sie sehr, sehr ungern gesehen. Die Praxis zeigt aber leider, dass in den meisten Programmen irgendwo mal ein Instance Off oder ein Type Off auftaucht und ja, deswegen werde ich euch heute zeigen, was das ist und was man damit prüfen kann. Ihr solltet aber möglichst schauen, dass ihr objektorientiert arbeitet und diese Begriffe dann nicht verwenden müsst. Aber manchmal lässt sich es halt wieder mal nicht vermeiden und deswegen ja. Okay, also es geht um den Begriff Instance Off oder in manchen Fällen heißt das Ganze auch IsInstance, in Python zum Beispiel, IsInstance. So, und jetzt sagen wir, okay, wir haben hier zwei Variablen, nämlich einmal eine konkrete Instanz, also zum Beispiel mein G ist eine Instanz und dann sage ich Schule. So, und das überprüft mir sozusagen, es liefert mir ein Boolean zurück oder was man halt auch noch oftmals sieht, ist G Instance Off Schule. So, und das sind jeweils Ausdrücke, die ein Boolean zurückliefern, das heißt ein Wahrheitswert, falls ihr euch erinnert, der mir dann Auskunft darüber gibt, ob G aus der Klasse Schule ist. Und das macht man wirklich nur dann, wenn man es nicht anders kann, denn zum Beispiel möchte ich ja manchmal rausfinden, ich habe vielleicht dieses Array, was ich euch, ich glaube, vorletztes Mal gezeigt hatte, aus Schulen, das heißt wir hatten das Gymnasium als Schule gespeichert, YouTube und eine Schule hatten wir als Schul-Array gespeichert und wenn ich jetzt da durchgehe und für jedes Element da drin was mache, dann kann es mal von Vorteil sein, wenn ich zum Beispiel ein Instance Off habe, zum Beispiel Spezialfall, die Variable, also die Schleifenvariable ist Instance Off Gymnasium, dann mache irgendwas ganz besonders Tolles und damit kann ich natürlich dann Fehler vermeiden, die durch Downcasts entstehen können. Das heißt, bevor man Downcastet, sollte man vielleicht auch vorher überprüfen, ob das auch wirklich möglich ist. Das macht man dann wiederum mit Instance Off. So, jetzt gibt es einen kleinen Unterschied und zwar Instance Off und Type bzw. Type Off sind zwei unterschiedliche Schlüsselwörter, also wie gesagt, das hier ist zum Beispiel Python, das hier ist Java Notation, es gibt es aber in jeder Sprache eigentlich irgendwie und der Unterschied ist relativ klein, aber eigentlich auch relativ wichtig und deswegen möchte ich da ganz speziell darauf eingehen. So, wenn ihr Type Off benutzt, dann sagt das Ding, okay, ist G wirklich genau eine Schule, also ist es wirklich genau eine Schule, dieses genau ist sozusagen der Unterschied und dann wird hier überprüft, okay, G ist ein Gymnasium, also nein, Type von G Komma Schule ist False, also G Type Off Schule liefert mir auch False, während wenn wir zurückgehen und das Ganze als Instance Off machen, dann haben wir, oder als Ist Instance, dann haben wir G und Schule, dann kriegen wir hier ein True zurück, das bedeutet nämlich hier folgendes, G ist auch gleichzeitig eine Schule, denn Gymnasium erbt ja von Schule und das bedeutet, wir haben bei Instance Off bzw. Ist Instance benutzen wir auch, also sagen Unterklassen sind auch gleichzeitig Elemente der Oberklassen, während bei Type Off überprüfen wir nur auf den exakt gleichen Typ, also ist Instance von G Komma Schule liefert mir True, während Type Off liefert mir False, weil wir ja hier ein Gymnasium haben, aber ein Gymnasium ist gleichzeitig auch eine Schule, wie gesagt, hier geht es um diese Vererbungsgeschichte, gut, ja, das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles, was ich euch dieses Mal erzählen wollte, wie gesagt, mit Bedacht bitte benutzen und nur, wenn es wirklich nicht anders nötig ist, äh, möglich ist, aber, ja, ich dachte mir, das muss ich euch natürlich auch mal zeigen und darf ich euch nicht vorenthalten, weil manchmal liest man das Ganze auch in einem Code, der vielleicht nicht von jemandem selber geschrieben ist ähm, und muss dann natürlich auch verstehen, was da gerade passiert. Okay, das war's von meiner Seite, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!